Einfach mal gucken. Eddie Geller, wenn du das siehst, kommen du und... Nee, Timo Werner, wenn du das siehst, kommen du und Kai Havertz. Pro Club, läuft. So, übrigens herzlich willkommen zu einer Spaßrunde FIFA Seasons mit Jan. Wir machen das, was wir eigentlich jeden FIFA-Teil tun. Wir spielen einen Modus, der eigentlich von EA seit 2014 ignoriert wird. Richtig. Und da. Doch diesmal mit Aufnahme. Ja. Ja, Seasons ist eigentlich ganz leicht. Es ist halt wie online, bloß halt zu zweit. Und wir spielen mit Leverkusen und ich bin rot und habe das erste Tor geschossen. So ein Ding ist das. Juhu. Die Abi. Oh nein. Abi spielen wieder gegen PSG, ey. Ja. Also wir spielen mit Leverkusen. Jan ist blau. Also das blaue Icon. Ich bin das rote Icon. Ja. Leckt ein bisschen. Aber liegt nicht an mir, weil Internet ist eigentlich an der Playstation. Also mal gucken. Liegt an dem Gegner. So, wir versuchen unser Gegner. Oh, ein Pass. Ein Traumpass. Schick, Alter. Ja, er ist da zum Köpfen. Abseits. Gut abgelaufen. Unser Ziel ist es, ein bisschen zu spielen, ein bisschen Fun haben. Und natürlich hoffen wir auch ein bisschen aufs Matchmaking, nicht immer Paris zu kassieren. So wie in diesem Fall. Ja, manchmal bekommen wir auf Frankreich. Manchmal bekommen wir auf Frankreich oder Real Madrid. Ja. Ist ja auch ausgewogen gegen Leverkusen. Würde ich jetzt mal so behaupten. Oh oh. Wo? Auf welchem Platz steht gerade Leverkusen? Ähm, dritter. Ja, okay. Haben wir es. Ähm, haben. Mein Fehler haben Dortmund 5-2 besiegt. Ja. Vergangene Woche. Messi! Und ich bin ja wohl. Defense. So, stelle ich mal so. So gucke ich besser zum Fernseher. So ist es besser. So, Neymar mit der Ecke. Zack. Robert Andrich. Robert, ne? Er hat Bock. Einträgen. Warte mal zu, Junge. Die Maria. Kriegst du nicht vom Ball weg, ey. Leider nicht. Zack. Jawoll. Auf die Abi. Zack. Jawoll schon. Was ist dein Traumhaus? Ich hab sogar Schick. Mach ihn. Mach ihn. Patrick. Mach ihn. Mach ihn. Oh, Junge. Ich wollte lupfen, aber dachte mir so, ne, komm. Ach ja. Bestemal lieber. Und das war der X. Also, wir sind noch nicht warm. Das ist unser erstes Spiel. Also, quasi von Regen in die Traufe. Und da ist Messi. Da ist Messi. Da ist Messi. Ja. Da ist Barker, Junge. Junge, scheiße. Ja, noch ist er los. Jawoll, Abseitsfalle hat wieder funktioniert. Ja, funktioniert auch. Ich weiß nicht, was du hast, Thomas. Das war eher Glück als Verstand, aber ist okay. Ah, Ranglis. Ja, das stimmt schon. Jetzt mal ein bisschen Ruhe wieder im Spiel reinbringen. Bum. Freier weiter mit dem Ball. Schöne Pessi jetzt. Stimmt. Robert, 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 Robert. Na, da war ich im Absatz. Pfund, Pfund. Oh Gott. Ich bin gesillt. Richter Annahme und dann Chance vertan, ey. Oho. Oho. Ja, hast du. Ja. Gehen wir ganz, dass die hinten rum. Schön zum Torwart, damit die auch rausgehen. Keinerseits. Junge, das ist ja gut. Keinerseits, schick doch. Ja. 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 Das wird sich ja rechnen, dass wir so viel liegen lassen, ey. Ja, war gerade ein bisschen arrogant, bin ich ehrlich. Ja gut, aber ich habe auch schon mit. Okay, aufpassen. Danke. Jonathan ist da. Oh, der ist bei der Rabi. Junge. Gehalten, aber sie müssen weiter aufpassen. Was ist denn mein Rhein? Junge, was war denn das für ein Schuss? Ich weiß es nicht. Würz, Schusskraft dran, 60. Tatsächlich schon. Ja, wirklich? Oh mein Gott. Es gibt ja manche Zehner, die können dran nicht schießen. Obwohl, Würz war ja auch nicht wirklich ein Zehner, sondern... Das stimmt. Ein Kölner noch ein Achter oder so, keine Ahnung, Jugendspieler, das ist immer schwer zu sagen. Guter Pass. Ja. Ruhig. Schön. Hier war Kusen, einfach. Boah, Junge. Das ist nur Barcelona. Das ist schlecht. Einfach hinten rum wieder. Gebt doch einfach raus, Leute. Tut euch das doch nicht an. Das wird sich noch so rächen, ey. Ja. Stark gemacht. Ja. Ich weiß nicht, was passiert, aber... Ja. Abseits. Abseits. Nee, nee. Dafür reicht es weit unten. Ja, moin, Mbappé. Rückpass. Ruhe ins Spiel bringen hier. Oh nein. Ja. Oh fuck. Ich wollte ihn sofort weiterleiten. Stark, ja. Ja. Ja, ein bisschen ruckig dort. Deswegen hier der Pfiff. Also, Herr Schiedsrichter, bin jetzt mal ehrlich, das war nix. Das war nix. Na gut, eigentlich der Notbremse, oder? Der war doch letzter Mann. Bin mir nix. Ist mir egal, wie der Schiri scheiße. Was? Was? Ausgemacht. Ja, gönnt ihr. Oben. Ja. Guter Pass. Zack. Zack. Nein. Abseits. Aber er fängt ab. Hakimi, arschhaft. Er hat auch richtig... Eigentlich... Theoretisch, wenn man so Hakimi nimmt, hat er einen richtig aggressiven Vornamen, oder? Man kann ihn aggressiv halt aussprechen. Ja, jetzt ist die Kugel weg. Ja, gut. Oh, ist das eng. Ist das eng. Okay, niemals, Alter. Aber wir müssen das zweite jetzt irgendwann mal nachlegen. Ja, aber bislang sind sie zu dumm, um das erste Tor zu machen, also... Und wir sind zu dumm, das zweite Tor zu machen. Oh, oh. Ja! Wir lassen es auch freigedanken, Alter. Nein. Ja. Ja, wie Fußball wird. Komm, holen die, holen die, holen die, holen die. Leinmal. Mich da hin. Ich wollte nach unten. Egal. Was? Abseits. Tschüi. 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 Messi, Messi, Messi. Also, man muss halt jetzt nichts sagen. Wir haben ja vier Matches insgesamt gemacht, und davon waren... Dreimal Messi dabei. Ja. Mal gucken, wie es läuft. So, zack. Machen wir was du willst. Ja, schöner Ball nach außen. Lass sie laufen, lass sie laufen. So, es läuft besser. Schön. Ich habe ein Problem gefunden. Nice. Andrich, 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 ich hast den Ball. Jawohl, ich wollte den eigentlich zu Tabsobar, aber... Da dachte ich so, nee, komm. Der hohe Ball, der soll auf drei Meter kommen. Bumm. Junge, was ein Tabal. Ist der quirlig. Nee, der soll nach außen kommen. Der sollte ganz nach außen kommen. Mann. Ja, irgendwie in FIFA 20 funktioniert das nicht mehr so gut. Also da ist die Passerkennung für hohe Bälle noch schlechter geworden. Guter Trick. Guter Trick, Jan. Ja, ich dachte eigentlich, die bleiben außen, aber die sind schon sofort nach innen gezogen. Oh, 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 oh. Ja. Einfach abgelaufen. Und Konter. Und Konter. Und spielen. Ach, Junge, muss er durchgehen. Ah, schade. Ja, ja, schick. Mach ihn. Ist sehr frech. Malz. Schießt du? Ja, fuck. Abseits. Nicht? Kein Abseits? Irgendwie, ich wollte den einfach verpassen, dachte ich so, nee, komm, lieber schießt. Und dann hat das schon gepasst. Der Vogel. Der Vogel. Der Vogel. Der Vogel. Ja, schick einfach zu Kass, ey. Patrick, du Bock. Der Vogel. Ich erinnere mich noch an meinen Heber an gestern, das war so geil. Der Heber von gestern, der war so göttlich. Der war einfach auch Gottlos, Alter. Der war auch Verteidigung der Mutter, die fit. Wirklich, ich hab gestern so ein Traumtor geschossen. Das war so schön. Einfach. Danke für den Pass. Tabs, Hoba, bester Mann. Burkina Faso. Bestes Land. So. Auf geht's. Ja, Diaby ist bedeckt. Womit, der Ball. Wunderbar. 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 Ja, Alter. Guck mal nach außen hier, schön. Kommt jetzt die Flanke. Ah, das könnte was werden jetzt. Und schießt, schießt, schießt. Ja. Fußballgott. Charles Aranguiz, Fußballgott. Warum wir Leverkusen spielen, keine Ahnung. Das letzte Mal, dass Jan und ich Seasons gespielt haben, das war vor zwei Verteidigung, glaube ich. Glaube ich, oder vor drei, ja, vor zwei. Dann mit Leverkusen, wenn nicht sogar schon letzten Teil, aber da bin ich mir nicht mehr so sicher. Ich auch nicht. Hallo, rotes Timefinishing, Junge, bist du ich? Ach, Junge, hast du dich irgendwie hier. Hab's gesehen. Da haben wir viele Vereine versucht und mit Leverkusen hat es damals richtig gut funktioniert. Ah, der Upside? Nein. Doch. Okay. Ja, deshalb habe ich den hier reingemacht. Und deshalb Leverkusen ist halt, irgendwie können wir, aber ich weiß auch nicht. Und das ist schon auf Schnelligkeit und Belust. Ja, sonst haben wir immer Gießland gespielt, aber... Ja. Schreibt doch mal in die Kommentare, welchen Verein wir bald mal ausprobieren sollen. Helft uns. Wir sind jung und planungslos. Und wollen die Welt ausprobieren. Und wir können jetzt nicht keinen Zweiten kassieren. Ja, Barker. Gott. Nicht flanken lassen. Nee, er spielt noch mal aus. Ich lege nochmal ab. Okay. Wir trainieren heute Tor-Schüsse. Ja, nein, ja, hast du. Okay, Konter. Konter, Konter. Konter, Konter, Konter. Na. Was? Was hast du oben oben oben? Ah, Patrick, auf. Nein. Alter, Thomas. Nein. War schlecht. Oh Gott. Sie laufen. Ja, komm mal, Schatz. Mal gangen uns. Ja, Barker. Wer hat die jetzt dazwischen? Ja. Junge, Thomas. Ja, man braucht es. Klärt. So, Konzentration. Ach so, Steuernpost. Ja. Ja. Das ist so eine Shitshow, ey. One Touch. Lauf. Ja, war abseits. Ui. Puschen, Puschen, Puschen. Jagd ihn, jagd ihn, jagd ihn. Darf man das noch sagen? Ich weiß nicht. Abseits. 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 Ja. Hab ich gesehen. Trainiert im Training einfach. Trainiert im Training. Aber er sollte wieder zu Barker gehen. Ja, guter Kopfball. Ja. Yes. Ich köpfe ihn mal zu Ramos. Mbappé. Nee, nee. Ja, hol ihn dir. Komm, komm. Mbappé, schnell. Ja, okay. Tret er ab. Traut sich nicht. Guter Pass. Zehn Minuten sind noch zu absolvieren. Wir gehen dem Spielende entgegen. Aber wenn sich hier nichts mehr trug, dann ist das ja auch. So schön. Aber jetzt schauen wir erstmal hier genau hin. Ja. Bellarabi. Karin. Ja, okay, okay, okay. Da ist er, der Knierutscher. Die 38. Der Bellarabi. Der ewige. Der ewige Leben. Wo man sich fragt, seit vier Jahren schon war, warum spielte man noch Stamm. Aber dann. Dann zeigt er. Er kann aufs Leerator schießen. Aus 18 Metern. Die Maschine auch. Gut, normalerweise haut er immer so aus richtig spitzen Winkeln drauf. Guter, guter, guter. Wenn er das 15 Mal im Spiel macht, dann geht er auch schon mal nach rein. Oh, schick. Ich hab X gedrückt. Okay, wir haben eine komfortable Führung gegen Schluss. Ja, Tag. Oh, Junge. Aufgestellt. Ja, Tag. Ja, nochmal zum Gegner. Verratti. Ich bin so Gegner. Backe. Ja. Die Hunger, einfach wieder über zur Situation. Ja. Und wieder verschwindet, Junge. Ja. Fußballerisch einfach die Besten. Ja, Messi. Messi. Ja. Schön. Jeremy, bester Mann. Der ist noch drin. Der ist doch heiß. Fick ihn. Alter. 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 Denk dir mal, wir wären hier beim Superbowl oder was. Okay, so. Die aktuelle Tore. Hast du? Ja. Die ersten Fans gehen nach Hause. Und wir gehen jetzt auch nach Hause. Danke, dass ihr hängt, schreibt. Wie gesagt, lasst ein Like da. Wenn euch die Folge gefallen hat, einen Kommentar, welcher Mannschaft wir immer demnächst ausprobieren sollen. Ich würde sagen, eins machen wir noch mit Leverkusen. Vielleicht auch noch zwei. Und dann seid ihr gefragt, was wir dann nehmen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ciao. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.